Die internationale Atomenergiebehörde hat bestätigt, dass der Iran sein nukleares Programm weiter ausbaut und Uran noch stärker anreichert als bisher. Man habe in der Atomanlage in Natanz eine Probe entnommen, die man jetzt analysiere, teilte die IAEA am Abend mit. Der Iran hatte vor ein paar Tagen angekündigt, Uran auf 60 Prozent anzureichern. Aktuell liegt der Anreicherungsgrad laut Teheran bei gut 55 Prozent. Damit geht das Land weit über die Grenze dessen, was laut dem internationalen Atomabkommen erlaubt ist. Für eine militärische Nutzung wäre allerdings eine Anreicherung von 90 Prozent erforderlich. Die internationale Atomenergiebehörde hat bestätigt, dass der Iran sein nukleares Programm weiter ausbaut und Uran noch stärker anreichert als bisher. Man habe in der Atomanlage in Natanz eine Probe entnommen, die man jetzt analysiere, teilte die IAEA am Abend mit. Der Iran hatte vor ein paar Tagen angekündigt, Uran auf 60 Prozent anzureichern. Aktuell liegt der Anreicherungsgrad laut Teheran bei gut 55 Prozent. Damit geht das Land weit über die Grenze dessen, was laut dem internationalen Atomabkommen erlaubt ist. Für eine militärische Nutzung wäre allerdings eine Anreicherung von 90 Prozent erforderlich. Der Land hätte auch eine Anreicherung von 80 Prozent. Durch die Anreicherung von 90 Prozent. Dabei geht das Hellermann mit. Untertitelung des ZDF für jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020